Unvergessliches Gemeinsel! uckupupupup Und der war geactive dann muss ja hin! Ist ja hier, ist er ok Ok Zwei erledigt! Noch einer! Ach, der implodiert erst und dann wird er angezogen. Okay. Brumm, brumm, brumm. Da haben wir auch ein großartiger Treffer. Ah, ah. Okay. Okay. Das waren alle. Ich werde jetzt ihre Anzüge hacken und ein paar Verbesserungen vornehmen, die ich selbst entwickelt habe, um meine kämpfenden Nogadora zu erschaffen. Ich warte bei meiner Konsole auf dich. Nogadora, okay. Wo hier? Boah, der fällt ja auch schwerfällig. Uh! Lass mich dir erklären, wie Nox funktionieren. Ihre Helme projizieren ein Spiel in erweiterter Realität über die wirkliche Welt. Also denken diese kleinen Idioten, sie würden ein Videospiel spielen? Wir können das Spielsystem beeinflussen, sodass ihre Verbündeten angreifen. Willkommen zurück, kleiner Freund. Aha, okay, ja. Haben wir dich gerade unterbrochen beim Reden? Alter. Alles voll, gut. Alles voll, so. Wo ist er denn? Hier, 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 klar. Geh gleich los, geh gleich los. So. Jetzt muss ich nur noch die Feind-Erkennungssysteme der Nox umprogrammieren, damit sie Marliwon-Gegner angreifen statt uns. Ich bereite jetzt das Nox-Liefer-System vor. Zeit, die Wettnacht zu schließen, Kampffest! Macht euch berat! Ich bin gespannt. Ach ja, hör zu! Ich habe bestimmt nicht umprogrammierte Nox in Arenen gegeneinander kämpfen lassen, damit die Anwohner auf sie wetten können. Echt nicht! Drück den Knopf da, um den ersten Nogador in den Ring zu rufen! Ach, da hinten, okay. Machen wir. Weitermal. Erstmal Kohle, wenn's geht, so. Ich nenne ihn El Fuego. Ein Nox verstärkt mit der Macht des Feuers. Alle lieben doch Feuer. Oh, das, äh, sollte nicht passieren. Die Spezialverbesserung hatte wohl eine Fehlfunktion. Aber okay, wir haben noch zwei. Ruf den nächsten herein! Ja, wir haben ja drei eingesammelt, da hat er noch zwei, genau. Den hier nenne ich den Konduktor. So stark wie ein tobendes Blitzgewitter. Ja, hehehe. Oh je, das hat wohl auch nicht geklappt. Aber ich krieg das hin! Gib mir nur eine Sekunde. Diesmal ganz ohne Schnickschnack? Okay, ruf den letzten herein! Ohne Schnickschnack, pick back, so. Ich nenne ihn Nogador Maximo. Na, der doch säure, ne? Ich überprüfe dieses Thema. Lorelo Maximo. Hahaha! Diesmal hat der Hank einwandfrei funktioniert. Der Nog wird jetzt seine eigenen Verbündeten angreifen. Schön! Und gerade rechtzeitig. Das ist der Annäherungs-Alarm. Marliwon ist wieder hinter mir her. Halte sie auf, während ich Lorelai die Waffenbaupläne sende. Was machen wir? Lorelai! Ich schicke dir jetzt die DG-Struck Baupläne. Quinn, schön von dir zu hören. Die Daten treffen einen. Datenübertragung läuft. Halte sie auf! Nicht zurückhalten! Hä? Hä? Wie fühlt sich dein letzter Atem zu an? Na gut, dürfen nicht vergessen dann, wie wir stärker sind. Mich hält nichts auf! Bring mich dorthin! Hä? Was ist hier? Verteidige Quinn! Quinn! Wir haben dich verteidigt! Du bist fertig! So! Daten werden hochgeladen! Ziemlich langsam! Weiter campen! Ok, ok, wo ist er? Verlust dich! Wir können uns nicht ans Wasser reichen! Hä? Wo ist sie denn? Auf, auf, auf! Auf, auf! Auf, auf! Nicht mehr auf! Auf, auf! Hä? Dahin, wo du hergekommen bist! Ach, du Feindachter! Nee! Hä? Sieht immerубite! Ach, da hättest du das. Ja. Komm, komm, komm. Die Übertragung ist abgefloppt. Lurell! Ich hab alles. Danke, Quinn. Wir schulden dir was. Ja. Ja, das tut ihm. Hä? Kamerjäger. Nimm eine dieser Granaten-Motzer als Heichelmeiner. Äh, soll unser. Na ja, dann fang halt, weil du mir das Leben gerettet hast. Wenn du da mit Nox hackst, werden sie deine Locator verbündeten. Geht es dir jetzt besser? So, erhalte deine Belohnung. Ja, komm, gib mal her. Es scheint, als wären wir hier fertig und meine belegbare Genialität steht außer Frage. Ich für meinen Teil werde meine Nox-Umprogrammierung fortsetzen. Die Einheimischen brauchen schließlich was zum Betten. Hehehehe. Äh, ich meinte, für die Kriegsunterfangen. Oder so. Bitte gehen! Ach, jetzt dürfen wir gehen, ja? Oh Gott. Alles voll, alles voll. Hier noch was? Ne, der täuscht bloß wohl. Knarre, 115 nehmen wir mal mit. Man weiß ja nie, äh... Was war mit ihm jetzt hier? Bleibt er hier oder was? Ich glaub mir, der bleibt hier. Okay. Ähh, kann sein. Okay, okay. Haben die nicht so viele Waffen nach oben lassen? Buhuah! Ne, sieht nicht so aus, ne? So, okay. Dann werden wir hier wieder durch. Jetzt schau, da ist noch eine Kiste hinter unten. Ok, eine Munitionskiste, ok. Ich dachte, da wär was besonderes, aber nö. Ist da unten auch noch was auf der Seite? Nö, gut. Ja, ok, dann. Moment. Ich schau mal kurz, questmäßig. Nehmen wir schon erst die Plülle der Parade, haben wir gesagt, machen wir nicht, ne? Nö, 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 nö. So, Karte. Herausforderung, besorgt dir, ja. Abgehakt, ok. Nö, 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 nö. So, dat ist Kuh-Ausforderung. Ich lege die Typhoon-Lok in der, hm. Haben wir, glaub ich, noch gar nicht alles so gemacht, ne? So. Wie sind da hier oben, ne? Der Typhoon-Lok haben wir schon. Oder? Aber glaub, da wär ein Haken dran, ne? War das nicht so? Dö, 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 dö. Mö. Müssen wir raus? Hm. Gut, na, wir, äh, soweit wären wir fertig hier, ne? Wenn nur noch die aufkommende Sturm, die Hauptmission. Also, erst mal zurück zu Sanctuary. Dö, dö, dö. Genau. Erst mal dahin. Da gab's ja auch noch nie Mission, hab ich gesehen. Ähm. So. Bum, 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 bum. Schön, dass du wieder da bist. So. Gleich mal gucken. Lockmaske. Schon bekannt. Achso. Schalte ich diesen Kopf wieder schnell weg. Kann welche haben wir schon. So. Die da oben? Was ist das denn eigentlich? Ach, da war die. Mhm. Okay. So. Die da oben? Mhm. Mhm. Kann man die auch untereinander vergleichen? Ich glaub, ne? Hoff ich doch mal. Ist die besser. Gut. Aber die hat auch nur, äh, warte mal. 3 im Magazin, aber macht mehr Bums. Gut. Der kann die weg, ne? So. Eigentlich kann alles weg, was hier. Grünes, ne? So. Haben wir noch weiter mal Automaten hier? Nö. Ist leer. Na gut. Dann machen wir schnell zu. Markus. Markus will verkaufen. Komm ruhig näher und kauf was. Komm ruhig näher und kauf was. Erstmal. Kehr kaum. Ich erkuggel mit deinem Namen drauf. Moment. So war das nicht gemeint. Äh. So. Gibt es hier was besonderes? Waffen für jede Gelegenheit. Wie teuer. Neutlonell. Sturmgewehr 62. Jetzt zuschlagen bevor es weg ist. Schau mal wieder rein für noch mehr tolle Deals. So und hier. Wenn du das kaufst, kannst du mehr tragen. Du weißt doch, dass du das willst. 81, ja. Alles klar. So der kostet 9.000. Der kostet auch 9.000. Wir haben hier schon zweimal aufgeblätet. Granaten. Ja auch. Gut. Gut. So hier ist eine Nie-Mission. Über uns. Und äh. Da nochmal eine Nie-Mission. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Um zu sehen, was da hier ist. Untersuchung. Aha. Jau. Dann machen wir in der nächsten Folge. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Tschaui.